Hallo, endlich habe ich einen Reisebecher gefunden, welcher mein Kaffee eine längere Zeit warm hält. Mit nur einem Klick. Wirklich lässt sich dieser Becher öffnen, ja und schließen. Vor allem auslaufsicher ist es. Und in meinem Auto passt es hervorragend. Der Becher lässt sich wirklich sehr einfach, ja einfach in der Spülmaschine reinigen und das Preis-Leistungs-Verhältnis für 19,99 Euro kann sich echt sehen lassen. Ich kann diesen Reisebecher definitiv nur wärmstens weiter empfehlen. Herzlichen Dank auch.